Hör zu! Neu von Alexander! Die Heike! Die hat ihn fertig gemacht! Hör zu! Der stört! Der stört! Siehst du diese Blume? Sie ist so wunderschön! Siehst du diese Blume? Auf der Wiese steht, im blau der Regenbogen. Zeig euch das bitte mal! Dazu die diche Klinge, verfühl ich ja Musik. Hör zu! Heike! Feuer geben! Du hast mich zerstört! Du hast mich zerstört! Du hast mich zerstört! Heike! Heike! Aber! Ja, ich steh drauf! Ich bringe gleich wieder aus! Au! Heike! Heike! Du hast mich zerstört! Heike! Du hast mich zerstört! Heike! du hast mich zerstört! Heike! Heike! Du hast mich zerstört! Heike! Du hast mich zerstört! Hei aus! Hei aus! Der Peter tut sich das heute, nicht gut an!